Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr Wintersportler entdecken, dass man nicht nur in den Bergen Ski fahren kann und planen ihre Winterferien am anderen Ende der Welt. Wenn auch Sie dieses Jahr statt den Schnee stüben lassen, lieber das Wasser spritzen lassen, sind Sie bei uns an der rechten Adresse. Gobe Extra Reisen offerieren Ihnen Ferien für die ganze Familie auf St. Martin, der atemberaubenden Karibikinsel mit schönen, feinsandigen Stränden, kristallklarem Wasser, intakter Natur und zahlreichen Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Linienflüge mit Air France, jeden Freitag ab Zürich oder Genf, mit Unterkunft im guten Mittelklasse-Hotel Treasure Island Resort, neun Tage inklusive Frühstück zu einem unschlagbaren Preis. Detaillierte Informationen und Buchungen gibt es beim Reisebüro Popularis über das Gratistelefon 155 11 14. Läuten Sie doch jetzt gerade an, Ihren Anruf wird noch bis heute Abend am 9 Uhr gerne entgegengenommen. Wäre die Winterferien doch lieber im vertrauten Rahmen, sprich im Schneewett verbringen, der findet bei Gobe auch jetzt noch die passende Ausrüstung, und zwar zum Erpreis, den einem die Ferien nicht gerade verdirbt. In den Wintersportabteilungen von Gobe finden Kinder, jugendliche und erwachsene, günstige Skisets von den bekanntesten Marken für Einsteiger, Allrounder oder Fortgeschrittene. Ein richtig gutes Gefühl, auch im dichtesten Schneegestöber, vermittelt die neue Fleece Shirt, Fleece Lumber oder Fleece Pullover, die sich den Winter zu einem absoluten Renner in der Ski- und Freizeitbekleidung entwickelt haben. Was ist Fleece? Vereinfacht dargestellt nichts anderes als eine Maschenwahr. Es wirkt aus Mikrofilament. Mit scharfen Rollen, die mit Höhen besetzt sind, werden die Schlingen an der Oberfläche aufgerissen. Das Garn öffnet sich und Milliarden von Mikrofilamenten quillen raus und bildet einen flauschigen, weichen Flore, die gut isoliert, die Haut auch bei grösster sportlicher Anstrengung trocken halten und verhindert, dass Verdunstungskälte entsteht und man anfängt zu frösteln. Neben so vielen Ferien- und Wintersport möchte ich Sie heute aber doch daran erinnern, dass man bei GOB nach wie vor auch Lebensmittel bekommt, und zwar solche, die ebenfalls voll im Trend liegen. Der gesunde und vollbiologische Burger von Galactina ist schnittfest und lässt sich gut portionieren. Er ist in wenigen Minuten goldgelb braten oder paniert und gibt mit einer Beilage serviert, ein vollwertiges Menü für Gross und Klein. Der neue Burger ist von einem erfahrenen Team von Köchen und Ernährungsberaterinnen entwickelt worden. Darum ist er nicht nur gesund, sondern auch gut und bietet Köchinnen und Köche mit Fantasie eine breite Palette von Zubereitungsmöglichkeiten. Aktionen kann man auch über die Festtage brauchen. Was Sie vom Ohr nach bei GOB wieder günstiger bekommen, das sehen Sie jetzt gerade anschliessend. Frische Ananas aus Ghana kostet bei GOB per Stück nur 3,90. 100 Gramm E-Metaller mild gibt es offen oder verpackt für nur 1,50. Ausserdem offerieren wir Ihnen drei Briefordner in diversen Farben für nur 7 Franken. Und noch eine letzte Aktionsmeldung. GOB bietet verschiedene Konserven zu günstigen Preisen an. Zum Beispiel weisse Bohnen an einer Tomatensauce für nur 1,85. Das war das letzte Inforama von diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen für morgen einen guten Rutsch. Und wenn Sie im Winter doch noch für ein paar Tage entfliehen wollen, rufen Sie doch gerade jetzt am Reisebüro Popularis über das Gratis-Telefon 155 11 14 an. Man nimmt dort Ihren Anruf noch bis am 9 Uhr gerne entgegen. Auf Wiedersehen und rufen Sie doch gerade an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017